Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu meinem neuen Video. Heute gibt es meinen Lesemonat Februar und es gibt heute auch nicht ein Buch zu gewinnen. Ihr wisst ja, in jedem Lesemonat verlose ich eins der Bücher, die ich gelesen habe. Heute gibt es eine ganze Illumicrate zu verlosen an einen von euch. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, ich habe jetzt länger kein Video online gestellt. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen kam Hogwarts Legacy raus. Sorry, ich habe mir einfach extra eine Playstation gekauft und ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe sehr viel Zeit damit verbracht und mich hat es auch leider total erwischt. Darum lag ich auch noch flach. Also absolutes Chaos, aber hier bin ich. Ich bin wieder back und ich habe so Lust wieder zu lesen. Ich habe jetzt auch eine längere Zeit nichts gelesen. Bestimmt zwei, drei Wochen habe ich nichts gelesen in der Zeit auch. Und ich merke einfach, wie sehr ich das vermisst habe. Aber auch wenn der Lesemonat Februar nicht der beste war, wenigstens habe ich ein Buch, eine Reihe so halber abgeschlossen. Mehr dazu gleich. Ja, mich interessiert es auf jeden Fall. Was habt ihr so in der letzten Zeit gelesen? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Vielleicht finde ich ja das ein oder andere Buch, auf das ich jetzt auch Lust habe. Also ja, immer her mit euren Buchtipps und wir starten jetzt auch gleich mit dem ersten Buch, das ich im Februar gelesen habe. Ich glaube, wir hatten auf Instagram oder so geschrieben oder ich habe, glaube ich, mit diesen Reading Prompts, habe ich mir ein Buch rausgesucht und ich war halt so übermotiviert und dachte mir, komm, ich lese jetzt einfach mal ein Buch, was gerade frisch von der Fairyloot bei mir eingezogen ist und zwar The Tale of the Flower Bride. Oder war das The Tale of the Flower Bride? The Last Tale of the Flower Bride. Und das Buch sah ja so wunderschön aus. Als es angekommen ist, ich so, oh mein Gott, als ich den Klappentext gelesen habe, ich so, oh mein Gott. Also ich war so gehypt auf dieses Buch, weil es ja auch so eine sehr düstere Art Märchen, nicht Adaption, aber so sehr märchenhaft sein soll. Aber halt zum dunklen Twist. Doch, ich glaube, das ist eine Adaption von König Blaubart. Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich bin mir echt ziemlich sicher. Und dann dachte ich mir, komm, hey, das Buch ist gerade angekommen. Ich schnapp es mir einfach gleich, ich lese es gleich, weil wann habe ich das letzte Mal ein Fairyloot-Buch direkt gelesen, als ich es bekommen habe. Ja, ich weiß, viele von euch wollten es auch lesen. Falls ihr es schon gelesen habt, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet, weil für mich war das Buch ein absoluter Fiebertraum. Ich fand das so schlimm. Ich bin null reingekommen. Ich, Indigo, die Protagonistin, ich finde den Namen, by the way, mega geil, unfassbar unsympathisch. Den Typen, aus dessen Sicht die Geschichte zumindest am Anfang erzählt wird, schrecklich. Eigentlich diese schlechten Anspielungen, dieses wannabe, poetische, dieser lyrische Schreibstil, ich fand das grauenhaft. Also wirklich, mich hat das null berührt. Ich fand das so gewollt und nicht gekonnt. Und es geht eben darum, dass Indigo und dieser junge Mann, man weiß nicht, wie er heißt, also zumindest bis dahin, wo ich gelesen habe, wusste man es nicht, die haben sich kennengelernt und haben sich auch relativ schnell verliebt und geheiratet. Allerdings musste er ihr versprechen, dass er nichts über ihre Vergangenheit fragt. So, sie ist so the mysterious girl. Und ich habe mich halt so ein bisschen spoilern lassen, was so dahinter steckt. Und ich war danach so froh, dass ich es abgebrochen habe, weil mich hat es einfach, ich wollte es nicht wissen, so da, wo ich es gelesen habe. Und dann dachte ich mir, komm, spoiler dich jetzt, schau mal und vielleicht wird es ja doch noch gut, aber nein, also meins ist es auf gar keinen Fall. Ich habe es, glaube ich, nach so einem Drittel oder so habe ich es abgebrochen. Schreibstil war nicht meins, Geschichte war leider, leider nicht meins, obwohl so von dem Setting her, vom Vibe her, ich das schon ganz geil finde. Auch so diese Bescheibungen von diesem alten Haus und dem und dem. Aber ja, für mich war es leider, leider ein Flop. Ich habe es auch schon aussortiert. Ihr könnt mir aber mal gerne sagen, mich würde es voll interessieren, wie es euch gefallen hat. Dann habe ich Emmas Herz von Taylor Jenkins Reads gelesen auf dem Kindle. Und ich wollte ihr unbedingt noch eine Chance geben, nachdem ich ja The Seven Husbands of Evelyn Hugo nicht so gut fand. Ich stehe auch bis heute schon dahinter, was ich daran nicht gut fand. Ich habe auch fast einen Streit mit meiner Cousine gehabt, deswegen, weil sie liebt das Buch. Also, und Taylor Jenkins Reads, ich komme mit dieser Frau nicht klar. Aber ich wollte ihr noch eine Chance geben und habe ich mal geguckt, okay, welches Buch von ihr spricht mich denn noch an? Und dann habe ich eben, bin ich auf Emmas Herz gestoßen, beziehungsweise habe ich auf englischsprachigen Booktube-Accounts davon gehört. Und als ich so die Zusammenfassung gehört habe, um was es da geht, war ich so, oh mein Gott, das hört sich so schön an, das hört sich so gut an. Hier geht es nämlich um Emma und Emma ist mit ihrer Jugendliebe zusammen. Sie haben geheiratet und alles ist perfekt, das ist ihre große Liebe. Und er ist aber eines Tages auf einem Ausflug, auf einem Job einfach und stürzt dabei mit dem Helikopter ab und stirbt. So. Und, ähm, ja, also ich spoil euch jetzt nicht, das ist alles relativ am Anfang. Auf jeden Fall hat sie dann ihre Trauerphase, blablabla, und lernt dabei einen anderen Mann kennen und verliebt sich in den. Und sie ist wieder glücklich. Jetzt kommt allerdings nach, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, kommt ihr Mann, meldet sich wieder bei ihr, er lebt. Er ist doch nicht gestorben, er ist gestrandet auf irgendeiner einsamen Insel, hat überlebt und er möchte jetzt natürlich wieder zurück zu ihr, möchte wieder das alte Leben leben, was sie gelebt haben, ähm, möchte wieder mit seiner Frau und seiner Familie zusammen sein. Aber sie ist ja jetzt verlobt mit einem anderen. Und so beginnt die Geschichte, dieser Struggle, ähm, entscheidet sie sich für die neue Liebe, entscheidet sie sich für die alte Liebe, für ihre erste große Liebe. Und als ich das gehört habe, dass es so darum geht, ich war so, oh mein Gott, das hört sich so gut an, das ist so Drama, Deluxe, genau nach meinem Geschmack. Ähm, ich war so gespannt. Und mir hat die Geschichte auch gefallen, also die Idee der Geschichte fand ich auch super genial, fand ich auch schon bei The Seven Husbands of Evelyn Hugo richtig gut. Nur, und ich, ich stehe dazu, und es ist mir egal, ihr könnt mich haten, ihr könnt schreiben in den Kommentaren, was ihr wollt, ich stehe dazu. Für mich kann Taylor Jenkins Reid keine Emotionen aufbauen. Also die, sie baut immer was auf, aber sie schafft es nicht, ähm, mich zu erreichen damit. Also, normalerweise bei so einer Story, oh mein Gott, ich würde heulen, ich würde, ich wäre fertig, ich würde total mitleiden, mitfühlen, mitlieben. Und das habe ich bei ihr halt null. Also, sie kann das für mich nicht so gut formulieren und sie schafft es meiner Meinung nach nicht, diese Spannungsbögen und alles so mir nahe zu bringen, dass ich das abnehme und dass ich das auch fühle beim Lesen. Und das finde ich so schade, weil im Endeffekt hat mir das Buch eigentlich richtig gut gefallen, nur eben ihr Scheibstil hat mir das Ganze so ein bisschen verkackt. Ja, also, keine Ahnung. Ich bin jetzt mal gespannt, das Ganze wird jetzt verfilmt, ich werde safe den Film anschauen, ich bin super gespannt darauf. Ich freue mich auch schon mega, dass es verfilmt wird, ich glaube jetzt im April oder so, ich habe irgendwas gehört, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, ich kann es euch auf jeden Fall, also wenn ihr Taylor Jenkins Reads Fans seid, dann bitte lest Emmas Herz. Die Idee einfach ist so gut und man ist auch schon selber so, dass man überlegt, was würde ich tun? Würde ich mich für meine erste große Liebe entscheiden, die ich geheiratet habe? Oder bin ich jetzt ein anderer Mensch geworden und entscheide mich für den neuen Mann, der in mein Leben gekommen ist, in dem ich mich jetzt wieder verliebt habe, mit dem ich jetzt ein komplett anderes Leben führe? Ja, das fand ich richtig gut, das hat mir sehr gefallen, aber mir hat einfach das Emotionale gefehlt. Mir hat es einfach gefehlt, dass mich diese Geschichte emotional packt. Oh mein Gott, bevor ich, ich komme gleich zu einem Buch und ich weiß nicht, wer mir das empfohlen hat, aber ihr könnt mich mal, aber dazu gleich. Denn vorher wollte ich mal wieder ein bisschen was von meinem Sub lesen und habe mich für Fabelheim von Brandon Mahl entschieden. Fabelheim hatte ich tatsächlich vor Jahren schon mal als Buch zu Hause, allerdings in der alten Ausgabe mit dieser hässlichen Hexe auf dem Cover, war schrecklich. Und das Ganze wurde jetzt neu aufgelegt und ich finde, die neuen Bücher sind wunderschön und es sind auch solche Feelgood-Bücher. Das sind so süße Fantasy-Geschichten. Ich glaube, es ist eher an jüngere Leser gerichtet, aber nach diesen ganzen Flops wollte ich irgendwas so zum Runterkommen, zum Entspannen, einfach so an was anderes denken. Und das hat mir dieses Buch total gegeben. Das war so schön, das hat mir so viel Spaß gemacht. Wir begleiten hier zwei Geschwister, die zu ihren Großeltern geschickt werden, mit denen sie kaum Kontakt haben, weil die irgendwie ein bisschen komisch sind und irgendwie auch nie bei den Familienfesten mit dabei sind, die wollen auch nie Besuch bekommen. Also die Großeltern leben so ein bisschen abgeschieden für sich. Jetzt bleibt aber den Eltern nichts anderes übrig. Sie müssen die Kinder jetzt zu den Großeltern schicken und dort stellen sie relativ schnell fest, dass da nicht alles so ist, wie es so sein scheint. Und die Großeltern hüten nämlich Fabelwesen, Märchenwesen, also Feen, Kobolde, alles Mögliche, passen sie quasi darauf auf. Und die Enkelkinder kommen halt schnell dahinter, dass es eben dort solche Wesen gibt. Und wir bekommen hier so einen Einblick in das Ganze und wir begleiten die Kinder in diesen Ferien bei den Großeltern. Und ich muss schon sagen, also stellenweise war das schon sehr spannend und ich fand es stellenweise auch ein bisschen gruselig und krass. Also da waren so Geschichten, wo so diese Sommernachtsfeier war und die Kinder, die durften da nicht rausgehen und die durften da nicht aus dem Fenster gucken, weil da ganz schlimme Dinge passieren. Und ich sag's euch so, wie es ist, also ich hab da schon Schiss bekommen und hätte ich das als Kind gelesen, ich hab mir die Hose gemacht, ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das ist, aber das ist so schön geschrieben. Das ist so, oh, das ist wie so ein Classic, was man so, ich weiß nicht, was man auch noch so seinen Kindern zum Lesen geben kann, seinen Enkelkindern, woran man so gerne denkt. Also es war so gut geschrieben, wunderschön aufgebaut, die Welt, ich war da komplett drin, ich konnte mir das alles vorstellen. Ich konnte mir vorstellen, wie sieht der Garten aus, wie sieht das aus, wie sind diese ganzen kleinen Elfen und Feen und Gärten. Also es war wunderschön, also wirklich eine ganz große Empfehlung. Wäre so ein ruhiger, also das ist jetzt nicht so viel ruhiger, aber es wäre jetzt mal kein Bock hart auf Liebe, auf Drama, sondern so ein bisschen so Abenteuer, ein bisschen Märchen, ein bisschen Fantasy, so eine Prise, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Das sind ja, ich glaube, das sind fünf Teile von Fabelheim und es ging am Ende auch schon richtig her. Da gab es wie so einen Kampf am Ende, also es war schon, da passiert schon einiges. Ich werde auf jeden Fall auch weiterlesen, mir hat es super viel Spaß gemacht, also das ist echt eine absolute Empfehlung und ich würde sogar sagen, das war mein Monatshighlight aus dem Februar. Oh Gott, und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich ein bisschen Kinderbücher gelesen, ich brauche jetzt mal wieder den Smut. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen den Smut, ich brauche mir ein bisschen was Härteres. Und ich weiß nicht, wer von euch mir im Livestream Hunting Adeline vorgeschlagen hat, aber ich habe mir das Buch geholt. Hat jemand über Den of Vipers gelästert? Weil Den of Vipers ist nichts im Vergleich zu Hunting Adeline. Also das war ja so krank, also ich habe es ja abgebrochen, auch so nach einem Drittel würde ich sagen, weil ich dachte mir einfach nur, willst du mich völlig verarschen? Also das war so over the top, over the top, over the top, das war so krank einfach. Also das ist Dark Romance Deluxe, der Typ ist irgendwie so ein Killer oder so, also ich weiß es nicht. Also ihr wisst, ich mag schon so verrückte, crazy Sachen, aber das war selbst mir eine Spur too much. Und ich fand den Scheibstil auch nicht so gut, ich fand das irgendwie, die Charaktere waren so, äh, ähm, ich fand da niemanden wirklich sympathisch. Also mich hat das überhaupt gar nicht gepackt und es war überhaupt nicht meins. Also ja, von mir ein Flop, ich habe es abgebrochen und ich bin auch nicht böse drüber. Ja, und dann wollte ich mich wieder an meinen Sub machen, ähm, damit ich da ein bisschen weiterkomme. Und ich hatte mir im Februar im Witwer dann, äh, A Touch of Malice gekauft. Und ich dachte mir, komm, ähm, ich lese doch jetzt einfach, ich habe jetzt die ganze Trilogie da, von A Touch of, von dieser Hades und Persephone-Reihe. Ich, 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 lese es jetzt einfach zu Ende. Ich lese noch Band 2 und Band 3. Spoiler, es bleibt bei keiner Trilogie, da kommt noch ein Band, was mich super angepisst hat. Das hat mich so angepisst. Das habe ich so irgendwo Mitte des dritten Bandes, als ich gelesen habe, erfahren, dass da noch ein fünfter Band, äh, ein vierter und ich glaube sogar fünfter Band, ich bin mir nicht sicher, kommt. Ähm, das hat mich richtig abgefuckt. Wirklich, ich mag das gar nicht, wenn ich denke, ich habe es jetzt komplett, ich fange jetzt an, damit zu lesen, weil ihr wisst ja, ich warte immer, dass alles erschienen ist, damit ich es dann an einem Stück lese. Ich, irgendwie, mein ganzes Haare klebt, mein Lipgloss. Ähm, ja, das hat mich so angepisst, aber kommen wir kurz zurück zum Buch. Ähm. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was wo passiert ist, aber auf jeden Fall geht es ja, klar, um Hades und um Persephone. Die leben ja in so einem abstrakten Griechenland. Und, ähm, Hades und Persephone sind ja zusammen und die leben so teilweise in der Unterwelt, teilweise eben in der normalen, sterblichen Welt. Und ich fand ja den ersten Band richtig gut. Das hat mir voll gefallen, so eine coole, moderne Neuinterpretation von dieser Geschichte. Aber Band 2 war schon so, oh, hm, äh, weiß ich nicht. Und Band 3 war einfach nur noch schrecklich. Das hat sich so gezogen. Und dann war ich auch so angepisst, weil ich dachte mir, komm, Sarah, zieh es durch, zieh es durch. Dann hast du es beendet. Dann hast du die Reihe gelesen. Und dann so Mitte des dritten Bannes erfahre ich, nein, es wird, es geht noch weiter. Und dann war ich so, okay, entweder ich breche es jetzt komplett ab oder komm, ich zieh es jetzt durch. Ich habe es als Hörbuch gehört, ich höre es jetzt noch zu Ende. Und dann kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, nein, wir gehen getrennte Wege, das wird nichts mehr mit uns. Das Ding ist, hier drin passieren so viele Sachen. Ich kann es euch gar nicht mehr alles auflisten, was hier alles passiert. Ähm, klar, abgesehen davon, dass ich euch nicht spoilern möchte. Aber da passieren so viele Dinge und die werden aber so kurz abgehandelt. Sagen wir mal so, es passiert so ein schlimmes Szenario, was aber gar nicht so schlimm ist. Das geht so drei Sätze lang, dieses Szenario. Dann wird die Situation aufgelöst innerhalb von einem Satz. Und dann ist aber zehn Seiten lang, hat Persephone ein Trauma von dieser Situation. So, wisst ihr, wie ich meine? Und dann passiert wieder irgendwas, ganz, ganz, ganz Schlimmes. Das geht so drei Sätze lang. In einem Satz wird das Ganze wieder aufgeklärt und aufgelöst. Und dann hat sie wieder ein halbes Buch lang Trauma von dieser Situation, was keiner relaten kann. Und das zieht sich halt durch die ganze Geschichte. Und mir war das dann irgendwie alles so ein bisschen too much und so wirr. Und mir hat so dieser rote Faden gefehlt. Mir hat so ein bisschen, achso, und gefögelt wurde natürlich auf jeder Seite. Und es war mir so viel Smutze. Und das sage ich, das kommt von mir. Mich hat es einfach genervt. Ich habe es einfach nur noch übersprungen, weil ich echt keinen Bock mehr hatte zu lesen, wie die zwei Vögel. Es war mir so scheißegal. Macht, was ihr wollt. Ich will davon nichts mitbekommen. Macht es für euch bitte in eurer Kammer. Aber ohne mich. Dankeschön. Und ja, also mich hat es leider gar nicht mehr packen können. Schade, weil, wie gesagt, ich fand den ersten Band echt gut. Ich fand, das klang auf jeden Fall vielversprechend. Ich habe mir sogar extra, guckt mir, wie dumm ich bin. Ich hatte erst die Amazon-Ausgaben auf Englisch. Und als ich erfahren habe, dass Luxe das neu auflegt und qualitativ tausendmal hochwertiger und auch schöner. Also die haben ein bisschen die Farben schöner rübergebracht auf dem Cover. Da hat sie mir, komm, ich hau die weg und ich hol mir gleich die Luxe-Ausgaben. Also ich habe sie mir quasi zweimal gekauft, die beiden Ausgaben. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und dann ist das so ein Flop. Also das hat mich wahnsinnig enttäuscht. Ich war schon traurig, weil ich es gerne gemocht hätte. Ihr wisst, ich liebe Hades und Persephone und jegliche Retailings davon. Liebe ich. Aber für mich war es einfach ein Flop. Und ja, ich kann es, also wenn ihr beim zweiten seid und es nervt euch schon rechts ab, lasst es. Es wird nur schlimmer. Wenn ihr aber sagt, hey, mir macht es voll viel Spaß. Ich finde es super. Lest es weiter. Guckt mal, was passiert. Mir ist es relativ egal. Ich hatte auch nicht mehr so diese Verbindung zu den Charakteren. Also ja, meins war es leider nicht. Und das war auch mein Lesemonat Februar. Mehr habe ich nicht gelesen. Aber ich möchte euch natürlich heute auch etwas verlosen. Und zwar bekannt jeder, der Abonnent ist. Und mir in die Kommentare schreibt, was er als letztes gelesen hat, hat die Chance, die Illumicrate-Box zu gewinnen. Und zwar ist es die Box vom Februar. Und ich zeige euch mal das Buch, das hier drin ist. Also ihr kriegt die ganze Box von mir. Enthalten ist dieses wunderschöne Buch, Song of Silver Flame Like Night von Emily Wenxiao. Und es hat diesen wunderschönen Buchschnitt. Und auch unterm Schutzumschlag ist das natürlich alles wunder, wunder, wunderschön gemacht. Ist signiert. Also das könnt ihr von mir gewinnen. Wie gesagt, schreibt einfach einen Kommentar. Denkt dran, der Gewinner wird immer auf Instagram. Auf meinem Buch-Account auf Instagram verkündet. Und ja, ich drücke euch allen die Daumen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder regelmäßig mit Buch-Content.